Halbmond Gott, die Türen sind ja richtig creepy Oh, hier geht ne Treppe nach oben Du kommst wahrscheinlich nur zurück Mann, ich hab mich schon da erschreckt Die blöde Scherberacke Ich hab mich grad davor erschreckt, dass du dich erschreckt hast Ich hab nicht mehr was gesehen Oh mein Gott Die Treppe oben hat nämlich Heißkeit hops genommen Scheiße Alter Du Dämlicher Ich wusste bei dem ist irgendwas falsch Ich spüre dir Oh mein Gott, die ist so laut Es ist so laut Oh, erste Hilfekräften Ich hab Thora gefunden Ich kanns aber nicht mitnehmen Kannst du Thora mitnehmen? Ono Ono, hier Nimm mal das... Oh Mann, Alter Ich hab's nur Nimm mal das Thora mitnehmen Bitte Oh Scheiße, Huhn Mann ey, ihr Blöden Hühner Ihr gehört deswegen in den Koch-Tropf, verdammte Kacke Ist das siederlich, ey. Maschinenprüfung mit Fachkräften. Mensch, das ist doch scheiße. Keine Ahnung, was soll ich noch machen? Ja, mach ich guter Sein. Wenn du ihn gedroppt hast, und geh zurück. Ich glaub, da möchte jemanden ein bisschen Stress gerade machen, ist auch nicht so. Ey, hi Süße. Na? Kristallbuchschädel. Du Miststück. Du dummes Miststück. Ich hab gedacht, die ist da stuck oder sowas, so stuck, help me step bro und so, keine Ahnung, ich wollte ja nur her entnehmen. Oh, Alter. Das kannst du nicht mit mir machen. Das, sowas kannst du nicht mit mir machen. Das, das geht nicht. Wenn Sachen auf mich zurennen, VR ist es vorbei. Denn, dann ist es vorbei. Oh, Alter. Oh, wie gescheiße, Alter. Absturz. Ja. Ich bin gespannt, was jetzt noch so abgeht hier. Und, ähm, wir bist'n du, du scheiß Kackvieh! Piss dich! Piss dich! Ohno, hilf mir bitte, lass mich nicht zurück, ich wollte nicht sterben. Bitte friss ohne zuerst, bitte friss hier nicht zuerst. Ich will nicht sterben, bitte. Ohno, bitte bleib doch hier, bitte. Oh mein Gott! Oh, bitte friss ihn zuerst! Oh. Er ist geblendet. Friss ihn! Hol ihn dir! Los, hol ihn dir! Ah! 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 Loll! Oh fuck, Mann! Bitte nicht! Hält mich auf, du Hund! Also ich denke mir jetzt einfach mal, ich bin jetzt der Tomb Raider. Dämliches, blöde Mist. Ich denke jetzt einfach, ich bin sozusagen ein Erkundschafter. Äh, so etwas wie Dämonen gibt es prinzipiell sowieso nicht. Und, ähm, ich bin jetzt auf cooler Mist. Ah! 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 Ich wollte gerade was sagen, Mann! Ah! 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 Musik Musik